Die Entwicklung einer neuen Generation. Noch nie wurde die Straße so klar reflektiert. Die Clearview Autospiegel werden mit verschiedenen Slogans beworben. Doch sie nutzen keine künstliche Intelligenz, haben keine Sprachsteuerung, kein Skynet und all sowas. Wozu denn auch, wenn man den Spiegel einfach in zwei Teile teilen kann? Der obere reflektiert wie gewohnt. Der untere ist leicht gebogen und bietet ein größeres Sichtfeld. Die Stützen können die Spiegel um 18 cm verlängern. Und dann gibt es noch ein paar wirklich nützliche Extras, wie Heizung, Klapp- und Kontrollleuchten. Alles fertig, der Verkauf kann beginnen. Übrigens, ein Paar dieser Spiegel kann über 900 Euro kosten. Eine Sensation! Mastercard will Autos in rollende Geldbörsen verwandeln. Na gut, ganz so schlimm ist es nicht. Die Spezialisten arbeiten an einem Bezahlsystem der Zukunft. Ein Beispiel, ein Autofahrer ist geschäftlich unterwegs. Das Auto warnt ihn. Vor ihnen ist Stau. Hier gibt es eine Umleitungsmöglichkeit auf die Mautstraße. Stimmt der Fahrer zu, muss er nur in die Kamera schauen, den Finger auflegen oder ein paar Sätze sagen. Und schon wird der Beitrag von seiner Karte, seinem Konto oder der digitalen Geldbörse abgebuckt. Damit lassen sich Infotainment-Dienste viel einfacher an den Autofahrer bringen. Der Markt ist reif. Laut GfK-Statistik interessieren sich rund 54 Prozent der Befragten zwischen 30 und 39 Jahren für diese Art des Bezahlens. Seit 2005 hat Magna mehr als eine Million dieser Systeme für unterschiedliche Fahrzeuge geliefert. Warum sind sie so beliebt? Die Entwicklung ermöglicht es dem Fahrer, dank der Infrarotkamera, viermal weiter zu sehen als mit herkömmlichen Scheinwerfern. Außerdem kann das System problemlos einen Fußgänger von einem Radfahrer und ein Reh von einem Motorradfahrer unterscheiden. Außerdem haben die Entwickler eine automatische Notbremsung und die Option Fahrbahnrandanzeigen hinzugefügt. Damit wird auch das Fahren bei völliger Dunkelheit und Nebel einfacher. Die Scheinwerfer entgegenkommender Fahrzeuge haben übrigens keinen Einfluss auf das System. Sam Chau schläft gerne draußen. Aber er mag kein Zelt aufstellen und die Preise für Wohnmobile sind ihm zu hoch. Um sich bequem, aber ohne Hektik entspannen zu können, hat Chau eine mobile Küche entwickelt. In der Standardausführung ist sie bis zu 91 Kilogramm belastbar und lässt sich auf 1,85 Meter öffnen. Propangaskocher, Laminatarbeitsplatte, Bambusschneidebrett und andere Extras sind im Lieferumfang enthalten. Die Küche sieht gut aus und funktioniert gut. Aber seid ihr bereit, dafür 2.308 Euro zu bezahlen? Nein? Gut, denn die Produktion wurde ohnehin schon vorübergehend eingestellt. Und falls euch diese Küche doch sehr gut gefällt, dann reichen auch 37 Euro. Für diesen Betrag verkauft Chau ein 3D-Modell zum Zusammenbauen im SKP-Format. Vermisst ihr teures Zubehör für Jeep-Besitzer? Dieses Schnorchelsystem kann ein Loch von 629 Euro in euren Geldbeutel reißen. Die Entwickler erklären den Preis so. Ein normaler Schnorchel an einem Jeep sieht nicht besonders gut aus. Verglichen mit dem schönen Amphib. Erstens passt dieser Schnorchel für 3,6 Liter oder 3,8 Liter Motoren. Zweitens ist er modular. Und drittens lässt sich Amphib auch mit minimalem Aufwand einbauen. Aufwendiges Rumpfschneiden und andere Kunststücke sind hier nicht nötig. Das Start-up Envisix beschäftigt sich mit Augmented Reality für Autos. So erfolgreich, dass sogar General Motors und Hyundai Mobiles in das Unternehmen investiert haben. Dabei geht es dem Start-up nicht um Wow-Technologien. Navigationssysteme, Fußgängerwarnungen und andere Informationen auf der Windschutzscheibe haben wir in unseren Videos schon oft gezeigt. Envisix konzentriert sich auf Teile, die für die Automobilindustrie entscheidend sind. So verbraucht seine Augmented Reality-Technologie 50% weniger Energie als die Konkurrenz. Ein wichtiger Vorteil beim Übergang zum Elektroauto. Außerdem verwendet das Unternehmen Komponenten, die sich leicht in verschiedene Autos einbauen lassen. So können Autohersteller Augmented Reality an jedes Auto anpassen und bei Bedarf sogar eine Sonderanfertigung für einen bestimmten Kunden zusammenstellen. Im Vergleich zu Augmented Reality sieht diese Kupplung sehr einfach aus. Doch auch hier haben die Entwickler hart gearbeitet und eine innovative Gewichtsverteilungskupplung entwickelt. Sie funktioniert wie ein 3-in-1-Kaffee. Sie verteilt das Gewicht, hält den Anhänger in der optimalen Höhe zum Auto und gleicht Schwankungen aus. Die Kupplung der Top-Version ist für Anhänger bis 6,8 Tonnen ausgelegt. Sie verfügt über geschmiedete Stahlfedern und ermöglicht eine Pendeldämpfung an vier Punkten. Wen wundert dann noch der Preis von 868 Euro? Auch ein Wohnmobil oder ein Anhänger mit Kühen lassen sich mit einer solchen Anhängerkupplung problemlos transportieren. Sportwagen-Fans! Jetzt heißt es stark sein! Die Familie, der die in Weiß gehaltene Corvette C8 gehört, ist gerade dabei, sie mit Farbe zu bekleckern. Aber nicht zum Spaß, sondern zu Werbezwecken. Wer erinnert sich noch an das Video mit Blender-Met und einem Ei? Hier geht es um das Gleiche, nur statt Zahnpasta geht es um die Luma-Folie. Sie schützt den Lack vor Vogelkot, Salz, Sand, Steinchen und anderen Widrigkeiten. Selbst verschütteter Lack frisst sich dank der Folie nicht ein, sondern gleitet ab. Und sie lässt sich später viel leichter abwaschen. Die Luma-Valer-Folie ist um 25% schmutzabweisender, widersteht sauren Regen und die Kratzer verschwinden von selbst. Allein durch die Wärme der Sonne oder des Motors. Wer steht, sollte sich jetzt besser hinsetzen. Die Halterungen, die diese Räder halten, kosten 619 Euro pro Stück. Zwar ist ein Gurt im Lieferumfang enthalten und die Halter eignen sich für Räder mit einem Durchmesser von bis zu einem Meter und einer Breite von bis zu 36 Zentimetern. Dank der raffinierten Befestigungslöcher kann man seine Einkäufe überall auf der Ladefläche des Pickups platzieren. Aber man stelle sich vor, im Jahr 2021 gab es bei Alibaba ein Mini-Elektroauto für 92 Euro, das auf 40 kmh beschleunigen kann. Der Weg der Innovation führte uns zu einem Workshop über Rough Country. Mit diesem Controller lassen sich Beleuchtung, Belüftung, Kompressor und andere Steuerungsoptionen an einem Ort zusammenfassen. Ab Werk sind die 8 Tasten unbeschriftet. Der Kunde kann sie mit 50 Aufklebern beschriften. Die Steuerung ist nach IP65 geschützt. Das bedeutet, dass ihr weder Spritzwasser noch Staubwolken etwas anhaben können. Die Helligkeit der RGB-Hintergrundbeleuchtung kann eingestellt werden. Bei niedrigem Batteriestand schaltet sich der Controller automatisch ab. In etwa 3 bis 4 Stunden lässt sich Rough Country in Szene setzen. Es muss nichts geschnitten oder gebohrt werden, sodass kein Werkstattbesuch notwendig ist. Der Controller kostet 185 Euro. Vor einigen Jahren hat Canoe ein Pickup für das US-Verteidigungsministerium gebaut und damit zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Erstens hat sich das Unternehmen einen sehr wichtigen Kunden in sein Portfolio aufgenommen. Und zweitens hat es auf der Grundlage von Testergebnissen einen noch fortschrittlicheren Pickup gebaut. Er heißt American Bulldog und ist bereits auf dem Bildschirm zu sehen. Die Vorbestellung ist eröffnet. Nun, während ihr 92 Euro für die Anzahlung sucht, verraten wir euch die Eigenschaften. Der American Bulldog fährt über 320 Kilometer mit einer Ladung, kann bis zu 816 Kilogramm Fracht transportieren, ist mit Allrad- oder Hinterradantrieb erhältlich, hat abnehmbare Seitenwände, Beleuchtung, Gepäckträger und andere nützliche Extras. Darth Sidious, Darth Maul und Darth Sola Wer von diesem Trio hat sich doch für die helle Seite der Macht entschieden? In der Fanfiction kann alles passieren, doch im heutigen Video ist es Darth Sola. Die Konstruktion wiegt weniger als 75 Kilogramm und passt auf jedes Autodach. In fünf Stunden erzielt sie eine zusätzliche Reichweite von 32 Kilometern. In der Standardausführung besteht Darth Sola aus neun Panels mit einer Leistung von je 175 Watt. Regen, Schnee und schlechte Straßen sind kein Problem. Die Sonne hat noch nie so viel Spaß gemacht, schreibt der Entwickler. Noch handelt es sich allerdings nur um eine Beta-Version. Der ungefähre Preis des Darth Sola ist aber schon bekannt. 3.700 Euro. Was kann man sich einfallen lassen, um ein Patent für eine Autoabdeckung zu erhalten? Fragen wir die Erfindung von Easy Cover. Mit ihrer Abdeckung lässt sich das Auto nur in 18 Sekunden komplett abdecken. Und weil sie aus Polyester-Taft besteht und durch eine doppelte Beschichtung geschützt ist, lässt sie weder Kriminelle noch Wasser durch. Die Abdeckung ist außerdem feuerfest, knittert nicht, schrumpft nicht, sammelt keine statische Elektrizität und schützt den Lack vor UV-Strahlen. Nicht umsonst findet man Taft in Zelten und Regenschirmen. Dank der raffinierten Einkapselung kann auch eine Dame in Stöckelschuhen und Kleid das Auto abdecken, ohne sich schmutzig zu machen. Was wäre unser Video ohne Revolution? In diesem Video ist es der Nuna Rev, der Kindersitz von Übermorgen. Er bietet 5-Punkt-Gurte, Seitenaufprallschutz und 5 Liegepositionen in jede Richtung. Zudem ist er komplett aus Stahl gefertigt. So können auch Kinder bis 18 Kilogramm problemlos mitgenommen werden. Einige Kindersitze sind sogar in der Breite verstellbar. Nicht zu vergessen der energieabsorbierende EPP-Schaum, das Drehsystem und die beiden Getränkehalter. Kein Wunder, dass er stolze 600 Euro kostet. Manchmal sitzt man beim Frühstück, scrollt durch die sozialen Netzwerke und möchte plötzlich seinen Buggy auf einen Pick-up laden. Kein Problem. Die Aluminium-Rampen von Ramtec bieten in der Standardausrüstung Platz für Geräte bis zu 191 Zentimeter Breite und bis zu 499 Kilogramm Gewicht. Noch nicht genug? Ramtec in der Stahlversion ist mit bis zu 726 Kilogramm belastbar. Vier Gurte mit Ratschenmechanismus, Seitenleuchten, ein spezieller Abschnitt für Geländefahrzeuge und weiteres Zubehör sind erhältlich. Ramtec wird auf Bestellung in etwa acht Wochen gefertigt. Wem das zu extrem ist, für den hat das Unternehmen auch klassische Anhänger im Programm. Die Einstiegsversion aus Aluminium mit einer Achse ist mit bis zu 1247 Kilogramm belastbar. Die Preise für Anhänger und Rampen beginnen ab 2860 Euro. Das Glasdach des Tesla ist eine schöne Lösung, aber nur bis zum ersten längeren Stopp in der heißen Sommersonne. Nach ein paar Stunden gleicht der Innenraum einer Sauna. Da muss man sich etwas einfallen lassen und zum Beispiel solche Schutzeinlagen kaufen. 65 Euro sind nicht viel. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die magnetische Befestigung ein sekundenschnelles Anbringen und Abnehmen ermöglicht. Und ein Design nach dem Motto, so war es gedacht, nur haben sie es nicht ab Werk eingebaut. Und wenn es mal bewirkt ist, lässt sich der Schutz zusammenfalten und im Kofferraum verstauen. Das heutige Video endet mit Anti-Rutsch- und Schneeketten, die auf Strecken mit viel Schnee oder Schlamm, aber auch auf losem Untergrund und bei steilen Anstiegen helfen. Es gibt viele Möglichkeiten. Ein typischer Satz mit vier Stockrad-Antirutschketten eignet sich für Fahrzeuge bis zu anderthalb Tonnen, für Reifen von 155,65 bis 220,45 und wird mit Handschuhen und einem Haken zur einfachen Montage geliefert. Das Spannband, das in einigen Schneeketten zu finden ist, hält problemlos einer Belastung von über drei Tonnen stand. Das in einigen Schneeketten, das in einigen Schneeketten, das in einigen Schneeketten, und wieder mit einer Belastung von über dieser Charlotte, wo am Ende die vor kim 그�in geht. Bis zum nächsten Mal.